ja die KC steht sich nicht mehr auf hallo nein jetzt nicht woher um noch kein Handball die Scheiße sie sind jetzt alle fertig verfolgt in der Arena Alter Dänemark führt für 3 0 gegen was ist das eigentlich hatte wen interessiert okay 3 2 1 so und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minigames hier aber diesmal auf unserem eigenen Server hier vorne schwebt schon der Janis der nun so und wir spielen heute natürlich SG mit dabei sind noch ein paar andere die jetzt gehen also einer sitzt gegangen und hier stehen alle xxp snow name friends kann immer hallo sagen das heißt das ist mir scheiße sie geht es mit so Tobias 0 4 11 01 ah hallo und äh amelorf natürlich hallo so ich schaue jetzt einfach auch mal hier auf die Arena so geht auch gleich los warum ich hier Regen an äh keine Ahnung so und wir spielen die Map war Reide 4 4 hier seht ihr nochmal alle warum ein paar Skins nicht geladen werden fragt mich nicht das liegt gerade an ich stehe neben dir siehst du meinen Skin? ja ich sehe deinen Skin siehst du meinen? ja ich sehe deinen ok weil ich sehe meinen eigenen nicht und dann würde ich würde ich einfach mal sagen würde ich einfach mal sagen keine Teams und jetzt geht's los oh Guru Sprung ah jawoll jetzt gibt's mehrere Sachen ja haben wir gestern voll eingestellt ja sehr schön so erstmal weglaufen weg und dann bin ich mal gespannt wie lang die Runde geht dann vielleicht hängen wir ja noch eine Runde dran die IP von uns ist natürlich unten in der Beschreibung könnt einfach join wir sind eigentlich so gut wie immer online also ich und Jonas zumindest denke ich mal oder? ja und ich habe das Schwert nicht unten im Inventar es war mir so eine fette Schlucht äh damit deine Mutter da reinpasst warum nicht? nein das ist ja ich weiß äh das ist halt pfff ist halt die Map keine Ahnung frag mich nicht Langeweile ja so oder falls ihr mal mit uns es geht spielen wollt auch keine Frage einfach join wir haben 8 Arenen zur Verfügung oh da wurde schon jemand getötet jawoll mit dem Eisenschwert naja klar ok scheiße nicht so gut dass schon jemand ein Eisenschwert hat aber wie ist denn deine deine ich habe gleich ein Diamantschwert echt? ne unerflich wer hat ein Diamant? ich nicht bist du weiß ich nicht find mich hier ein Stock Jannis Hintergrund du machst bei mir ja bei dir ok jetzt nicht mehr äh Iron Iron ah ok da fehlt mir noch wer ist da eigentlich gestorben weil da lag voll viel Zeug rum äh Lisa ist glaube ich gestorben ja Lisa ja und Lisa hasst dich jetzt weil sie weil mich hasst sie auch oh ja wer hasst dich nicht ist die Frage stand bei der Kiste und hat nichts gemacht haha tut mir leid ich weiß was sie gemacht hat haha so ich habe immer noch ein alles Arschkekse hier haha scheiße wo ist denn das hier ich finde nur Eisenschwerter ich finde nur Eisenschwerter ne äh hier du hast ein Diamantschwert oh nice ich habe jetzt drei Diamanten boah ficken alter wo bist du ich finde dich wen oh krass drei Diamanten ne ja richtig krass das wird nachher echt böse haha also wie ihr seht bei uns findet man auch Items also nicht komplette also man findet auch komplette Eisenschwerter aber man manchmal musst du es ja auch craften ne fand mir witziger wie dass wir jetzt einfach ein ein Diamantschwert reinpacken denn ich habe zum Beispiel ein Diamant das heißt mir würde noch ein ich habe jetzt ein Diamantschwert und ein Diamant boah ich bin voll warte was hattest du für ein Schwert haha Eisen da da liegt da da liegen Eisenschuhe ja da liegt alles voll daneben geschlagen haha du hast nur geblockt haha hä hab ich dir keinen Schaden gemacht nein was bzw. fast nix oh Hacker haha das wäre mal interessanter hier mit mehr Leuten zu spielen das wäre bestimmt auch mal geil das wäre bestimmt auch mal geil so das tue ich einfach mal da hin ich habe keinen Bogen hat jemand einen Bogen für mich? stimmt nicht ja eh ich komm her und hol ihn dir ok wo bist du? wer hat das gerade gesagt? ich! oh oh treff nicht treff nicht oh noch drei Spieler krass so jetzt kommen glaube ich auch die Blitze soweit ich weiß Alter ich habe auch schmerzen verbekommen Juli du wolltest mich vorher finden du bist genau da an mir vorbeigelatscht echt? ja war doch grad jemand ihr seid weit genug weg ich kann erstmal nach oh lol Paddy du hattest ne Enderperle jo warum hast du dich nicht weggeportet wollte ich ja machen ich hab dich grad umgedreht und hast mich getötet stimmt Enderperle war halt echt bitter so wer ist hier hinten wo da hinten halt ich glaub hier war's oder? hey fuck hey wo war's jetzt? shit fuck jetzt bin ich nicht an diese scheiß Küchte gekommen jetzt hab ich noch niemanden von euch gesehen ich auch nicht doch doch du hast Lisa getötet ja ne ich mein jetzt grad im spectate hast du... bist du tot? ja achso ja ich hab ihn doch gekillt ja ich hab mich gekillt achso hier liegt ein Bogen oh meine Rettung den hab ich eigentlich getötet oh I'm in love glove mich Juli da liegen glaub noch viele andere Items wo du grad bist oh hier sind zwei ziemlich nah aneinander echt wenn ich das richtig gesehen hab ja wer ist denn das hier? nix sagen ne ich sag auch nix wir sehen dich ja eh nicht ja eben so oh da hinten seh ich doch was ja da sind echt welche ziemlich nah ja halt weiter ich kann dann schau ich mal rein sooo Fargo war denn der Blitz jetzt? da hinten mein Gott ist nicht euer Ernst doch mit ein doch mit ein sooo na Juli? aha was aber das ist gut mit der Minimap selbst wenn du die hast siehst du die Leute erst auf der Minimap wenn äh bitte nicht in TS anschreiben jetzt das wäre richtig scheiße ähm bestimmt Lisa ja bestimmt ja klasse ich kann nichts mehr aufnehmen helfen muss gelernt sein pfff lol alter alter ich kann nichts mehr aufnehmen was rüchte ich denn jetzt am besten aus ich würd sagen ihr kommt mal langsam in die Mitte oder? hehehe oder ich ja also wir haben Göscht und wirklich 20 Minuten gespielt dann wurden wir in die Mitte teleportiert wird bei zwei Spieler so damit die dann in die Mitte kommen? ähm ne ich glaub nach einer bestimmten Zeit ok aber ich seh hier grad nur Tobi wo ist der grad? Janis ist nicht woanders auf jeden Fall ok gut glaub ich ich weiß nicht wo Tobi ist aber ich hab keine Ahnung wo ich... also ich seh Janis Blitz auch nicht komme immer näher also ich weiß wo Janis ist hehehe ich seh gar niemanden ach ich seh doch doch ich weiß wo ja jetzt seid ihr glaub echt immer auch weiter echt ich seh den anderen Blitz gar nicht gleich bei ihm jetzt gibt's jetzt jetzt gibt's auch den Haare oh jetzt oh ja jetzt seh oh ja jetzt kommt Battle oh Janis der war schlecht der war schlecht hat der auch hat der auch ja danke für die Feile hehehe das ist mir scheißegal ich kill dich jetzt im Leben der Diamantschwert man schlag ihn schlag ihn oh oh du hehehe wurde sich hingeportet hä da kann ich auch noch 3 Enderperlen ja die hast du von mir lol die lucky Enderperle hier ah ok was lol wie hat er mich getötet ich hab den Fall nicht mal gesehen ich hab den Fall nicht mal gesehen ich hab den Fall nicht mal gesehen mh und wir sind im 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 im